Das Wort Enkulturation meint alles, was kultiviert ist, also durch Menschen beeinflusst ist. Enkulturation bezieht sich demnach auf sehr viele Phänomene. Aus diesem Grund wird der Begriff in den einzelnen Wissenschaften wie der Soziologie oder der Anthropologie unterschiedlich verwendet. Eine zentrale Gemeinsamkeit aller Definitionen von Enkulturation ist, dass sie in erster Linie Formen der kindlichen und jugendlichen Kulturaneignung beschreiben. Enkulturation ist also mit Sozialisation verbunden. Kinder und Jugendliche wachsen in einer bestimmten Kultur auf und eignen sich die Denk- und Handlungsmuster dieser Kultur durch den Kontakt mit anderen Menschen und der Umwelt an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017